Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute eine Verlosung für euch und es ist so ein tolles Paket und ich freue mich sehr, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Ars Edition, dass ich das an euch verlosen darf. Ich zeige euch als erstes mal, was dieses Paket enthält, was eine von euch gewinnen wird und zwar Herzstück ist dieses ganz, ganz tolle Buch Trau dich, Mut steht dir, dein Mitmachbuch für innere Stärke von Melina und Timon Roya und ich lese einfach einmal für euch vor. Zeit für einen Mutausbruch. Wir alle brauchen jeden Tag Mut. Für uns selbst und diejenigen, die wir lieben. Für den grauen Alltag und die großen Momente, die unser Leben verändern können. Mit Mut wird das Leben schöner, freier und bunter. Melina und Timon Roya, die Autoren des Blogs Vanilla Mind, nehmen dich mit auf die aufregende Reise zu mehr Mut. Denn es ist Zeit, über deinen Schatten zu springen. Mit konkreten Übungen und inspirierenden Denkanstößen zu den Themen Angst, Selbstvertrauen, Resilienz und dem richtigen Umfeld kannst du jederzeit und überall damit beginnen, Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke zu gelangen. Halte deine Fortschritte und Gedanken direkt in diesem Mutmachbuch fest, sodass du gleich ins Tun kommen kannst. Mach gleich heute den ersten Schritt aus der Komfortzone heraus, vom Mini-Mutausbruch hin zu deinem ganz großen Träumen. Super, super, super schön. Auch unglaublich genial gestaltet. Das macht mega Bock, darin zu lesen und damit zu arbeiten. Ganz, 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 ganz toll geworden. Und zusätzlich zu diesem Buch gibt es auch eine Kartenbox mit 50 Mutmacherkarten. Diese Kartenbox schenkt dir mit 50 Mutmachern jeden Tag einen kleinen Anstoß, um endlich anzufangen, um dran zu bleiben, um loszulassen und etwas zu ändern. Zieh gleich heute die erste Karte, denn mit Mut wird dein Leben schöner, freier und bunter. Und dann ist noch eine kleine Überraschung drin, die ich nicht öffne, die darf dann der Gewinner öffnen. Und diese drei Sachen könnt ihr gewinnen, indem ihr Folgendes tut. Und zwar kommen in den Lostopf alle Neuanmeldungen für meine kostenlosen WhatsApp-Coaching-Impulse. Und da ich weiß, dass einige von euch schon angemeldet sind, bekommen auch diejenigen einen Lostopf, die meine Coaching-Impulse und dieses Gewinnspiel empfehlen. Das heißt in Kurzform, wenn du noch nicht bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen angemeldet bist und das gerne tun möchtest, schreibst du mir eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook, über E-Mail und meldest dich somit für die WhatsApp-Coaching-Impulse an. Damit erhältst du einen Los für den Gewinnspieltopf. Wenn du jetzt schon bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen angemeldet bist, die gut findest und empfehlen möchtest, dann empfiehle die doch einer Freundin. Dann bekommt deine Freundin ein Los für den Topf, weil sie sich neu angemeldet hat. Und deine Freundin muss mir dann auch sagen, dass du sie empfohlen hast. Dann bekommst du nämlich auch ein Los. Das heißt, die Empfehler können auch relativ viele Lose sammeln, wenn sie dieses Gewinnspiel und die WhatsApp-Coaching-Impulse an ihre Freundinnen weiterempfehlen. Es gelten alle Neuanmeldungen und Empfehlungen, die im gesamten August bei mir als Nachricht eingehen. Bitte nicht über das Anmeldeformular, sonst kann ich das nicht auseinanderhalten. Schreibt mir bitte eine Nachricht. Meine WhatsApp-Coaching-Impulse, wer das noch nicht kennt, meine WhatsApp-Coaching-Impulse, das ist keine WhatsApp-Gruppe, das ist ein Broadcast. Ihr erhaltet alle meine, hauptsächlich Sprachnachrichten, direkt. Es ist kostenlos. Ihr erhaltet da ein- bis zweimal die Woche kleine Übungen, die so wunderbar im Alltag zu integrieren sind. Kurz-Meditationen, Impulse zum Nachdenken, inspirierende, motivierende Worte für mich, für dein persönliches Wachstum. Und ja, lasst das Gewinnspiel groß werden. Dann erzählt allen davon, empfehlt gerne, wenn ihr sie mögt, meine WhatsApp-Coaching-Impulse. Dann bin ich gespannt, wie viele Lose ich Ende August dann im Topf haben werde, aus denen ich dann einen Gewinner auslosen werde. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, dann stellt sie super gerne unten in den Kommentaren. Dann teilt das Video, werdet aktiv und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück bei der Verlosung und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.